Aus Bremen kommen gerade heiße Neuigkeiten, die jedem die Haare zu Berge stehen lassen. Aber zuerst abonnieren Sie unseren Kanal. Es ist wieder soweit und wir haben gleich zwei Neuigkeiten, die Bremen und viele andere Orte erschüttern. Zunächst muss ich sagen, dass die Dinge hier ziemlich kompliziert geworden sind. Es scheint, dass der Bundeshaushalt nicht den Regeln der Verfassung entspricht. Und das sorgt für großes Aufsehen. Vorstellen. Scholz und Baerbock stecken mitten in diesem Schlamassel. Und es kommt einiges ans Licht. Diejenigen, die den Haushalt analysierten, stellten fest, dass Versprechen gebrochen wurden. Und das ist ernst. Für einen deutschen Politiker ist Vertrauen von grundlegender Bedeutung. Aber der Anblick gebrochener Versprechen ist für jeden eine Enttäuschung. Bevor ich mit weiteren Neuigkeiten fortfahre, möchte ich Sie daran erinnern, dieses Video bis zum Ende anzusehen. Und vergessen Sie nicht, in der WhatsApp-Gruppe im Informationsfeld vorbeizuschauen. Dort sind alle Videos, die wir hier nicht zeigen können. Vergessen Sie nicht, sich anzumelden. Und kommen wir gleich zur Sache. Was wäre, wenn die Regierung in Deutschland plötzlich etwas verbieten würde, was den Grünen wichtig ist, etwa einen Katalog, den sie verwenden, und der Kanzlerkandidat Habeck beinahe mit einer Waffe erschossen würde? Stellen Sie sich nun vor, die Rechten würden sich darüber lustig machen und sagen, es wäre besser gewesen, wenn die Kugel ihn tatsächlich getroffen hätte. Wenn das passieren würde, was würde dann in Deutschland passieren, meine Freunde? Es wäre ein totales Chaos, ähnlich wie wir es manchmal in Polen sehen. Die Mainstream-Medien würden jeden Tag über diese Ungerechtigkeit berichten und davon sprechen, dass die Grünen die Opfer und die Rechten die Bösewichte seien, weil sie sich über diese Situation lustig machten. Sie würden dies voll ausnutzen. Aber jetzt bemerken Sie etwas Interessantes. Was passiert wirklich in Deutschland? Es handelt sich um ein rechtes Magazin, das darüber berichtet. Daher schenken die Mainstream-Medien dem nicht so viel Aufmerksamkeit. Weil es rechtsgerichteter ist, ist es in Ordnung, ein paar Witze darüber zu machen. Freunde, was macht man, wenn jemand fast stirbt? Es ist schwer, ruhig zu bleiben, oder? Ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Was hier in Deutschland und an vielen anderen Orten passiert, ist für mich absurd. In der Vergangenheit haben sich die Menschen im Westen gegenüber dem Osten immer anders verhalten und waren mit allem einverstanden. Das ist etwas, das mich verwirrt. Ich möchte niemanden spalten, aber die aktuelle Situation erinnert mich an die DDR. Sie haben uns davor gewarnt, und jetzt erleben wir, dass etwas Ähnliches passiert. Ich möchte, dass Sie in den Kommentaren hinterlassen, welche Parallelen Sie sehen und was Sie persönlich am meisten irritiert. Ich möchte keine Spaltungen zwischen den Menschen schaffen, ob aus dem Westen oder dem Osten, egal, ob sie die Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht. Was wirklich zählt, sind diese Politiker, die uns spalten. Es scheint, als sei alles Teil eines Systems. Wir haben so oft gesagt, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen denen geben muss, die für 2500 Euro oder weniger hart arbeiten, und denen, die das nicht tun. Hinterlassen Sie Ihre Kommentare und lassen Sie uns dieses Gespräch fortsetzen. Es scheint, als sei alles Teil eines Plans und nicht nur ein Zufall. Schauen Sie sich nur an, was kürzlich mit dem angeblichen Vorfall mit Donald passiert ist. Es scheint, als wollten uns diese Politiker nur ablenken. Sie wissen, dass die Menschen sich darauf konzentrieren werden, wenn sie ein neues Feindbild erstellen. Aber seien wir ehrlich, das wird nicht funktionieren. Es spielt keine Rolle, ob sie Migranten oder Empfänger von Staatsbürgerschaftsleistungen sind. Sie sind nicht schuld, Freunde. Es ist die deutsche Politik, die diese Dinge zulässt. Haben Sie gesehen, was im Außenministerium passiert ist? Es stellte sich heraus, dass möglicherweise eine Frau oder sogar die Außenministerin kritische Stimmen unter Druck gesetzt hatte. Für Stalin. Besonders, wenn diese Stimmen sich kritisch dafür äußerten, alle Menschen hereinzulassen. Und warum schweigt das Ministerium? Weil eine große Wahl bevorsteht. Und jetzt passiert etwas Seltsames. Faser hat ein Verbot angekündigt. Und das ist wirklich traurig. In Deutschland ist es inzwischen verboten. Also kopieren Sie bitte kein T-Shirt damit. Bleiben wir dran und sprechen Sie in den Kommentaren darüber. Erstens handelt es sich um einen Buchstaben C, der eine verbotene Zeitschrift bedeuten könnte. Vergessen Sie die alltäglichen Verbrechen in Deutschland, denn es scheint, dass dieser Brief mit größter Ernsthaftigkeit behandelt werden muss, bis er dem höchsten Richter vorgelegt wird. Schauen Sie, wie außer Kontrolle die Dinge hier sind. Und selbst Sarah Wagenknecht verurteilte die Situation, indem sie von mangelnder Kontrolle sprach und erklärte, dass das Schweigen der Behörden eine unkontrollierte Migration ermögliche, eine Echtzeitbombe, die kurz vor der Explosion stehe. Wie können wir das vermeiden? Nun die traurige und gewalttätige Nachricht. Ein Mann wurde eine Treppe hinuntergestoßen und überlebte leider nicht. Es ist schrecklich, so etwas lesen zu müssen, das um 21 Uhr von der Polizei freigegeben und dann um 1 Uhr und 30 Minuten bestätigt wurde. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Meiner Meinung nach ist eine strenge Bestrafung der Verantwortlichen erforderlich. Diese Person muss vorbildlich verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Keine leichten Federn mehr. Wir brauchen konkrete Maßnahmen und feste Gerechtigkeit, um zu zeigen, dass etwas getan wird. Lasst uns friedlich und ohne Gewalt auf die Straße gehen. Wir müssen sehen, was wir durch Dialog erreichen können. Wenn Sie sich uns anschließen möchten, melden Sie sich gerne an und treten Sie unserer WhatsApp-Gruppe bei. Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen, was hier in Bremen am Bahnhof passiert ist. Ein Unbekannter hat erneut eine Frau belästigt. Das ist unglaublich. Die Polizei sammelt Informationen und wir wollen helfen. Wenn Sie etwas gesehen haben, vergessen Sie nicht, die Polizei zu rufen. Ihre Informationen könnten von entscheidender Bedeutung sein. Nutzen wir unsere Reichweite, um auf diesen Vorfall aufmerksam zu machen und dabei zu helfen, den Verantwortlichen zu finden. Bei der verdächtigen Person handelt es sich um einen Mann aus dem Süden, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, mit schwarzen Haaren. Seien wir wachsam und unterstützend und streben wir stets nach Frieden und Gerechtigkeit. Der Verdächtige hat glattes Haar und mandelförmige Augen. Er trug graue Jeans und eine graue Jacke. Nein, er ist kein Facharbeiter, was es umso unglaublicher macht. Ich bin es wirklich leid zu hören, dass die Deutschen das auch machen. Wir präsentieren nur die Statistiken. Wir erfinden diese Schlagzeilen nicht. Es ist wichtig, dass wir diese Themen jeden Tag diskutieren, ob es uns gefällt oder nicht. Die Community möchte von diesen Vorfällen hören, aber es gibt immer noch Kritiker, die uns als Rechtsextremisten bezeichnen. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, teilen Sie diese Videos bitte überall. Ich weiß, dass es manchmal ermüdend sein kann, ständig zu teilen. Aber glauben Sie mir, nur so können wir Politiker und die Regierung für diese Themen sensibilisieren. Wenn Sie etwas sehen, zögern Sie nicht, die Polizei zu rufen. Ihre Informationen könnten für die Lösung des Falles von entscheidender Bedeutung sein. Nutzen wir unsere Reichweite, um auf diesen Vorfall aufmerksam zu machen und dabei zu helfen, den Verantwortlichen zu finden. Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung und das Teilen dieser Videos. Gemeinsam können wir etwas bewirken und Gerechtigkeit suchen. Bis zum nächsten Mal. ...